Hallo, ich bin James O'Hagan, monatliche Sendung aus Dubai. Kunststoffabfall setzt unserer Erde zu, von den Weltmeeren bis zu den Gipfeln der Erde. Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Kunststoffabfälle in etwas Sinnvolles zu verwandeln und damit Geld zu verdienen? Gentechnik wird im Gesundheitsbereich als künftiges Billionengeschäft erachtet, da die führenden Covid-Impfstoffe auf ihnen aufbauen. Jane Witherspoon hat auf einer Technologiemesse in Dubai eine Gesprächsrunde mit Fachleuten geleitet, um sich auf den neuen Stand zu bringen. Viele Menschen erledigen ihre Weihnachtszeit. Das zwingt den Einzelhandel, sich noch mehr auf das Bedürfnis der Kundschaft, die am Bildschirm sitzt, einzustellen. In diesem Monat gibt es den nächsten Überblick über wichtige Neuigkeiten aus der Weltwirtschaft. Schalten Sie ein, dann sehen wir uns wieder. Model Brothers auf Oreo News.